Ja, Moin Mindernder. Ja, nächster Teil vom Deutz. Heute ist Lehrgeld angesagt. Bis gleich. Ja, wieso zeitliches Lehrgeld? Der Kopf war ja nur zur Bearbeitung. Ich habe aber die alte Glühkerze nicht rausgehabt. Und das Gewinde, ich muss es nachschneiden. Im letzten Video haben ja Leute geschrieben, bist du sicher, dass das kein Lundenhalter ist? Nein, der hat nämlich oben den Spannungsanschluss zum Glühen. Und der hier ist komplett vergammelt. Das Gewinde ist hinüber. Im Motor selber muss ich es nachschneiden. Ich habe einen Gewindeschneider oder einen Gewindebohrer jetzt bestellt. 1815 ist das. Der müsste kommen. Aber um das Gewinde nachzuschneiden, muss der Kopf wieder runter. Weil den ganzen Dreck, die ganze Späne, die da reinfallen, will ich mir nicht antun. Das ist schon echt ein Highlight. Also unglaublich. Wie gesagt, die neue, die da reinkommt, wir machen das nicht heute. Ich warte jetzt auf den Gewindebohrer. So sieht die neue aus. Die ist jetzt von Bosch. Die ist aus dem Pkw-Bereich. Das ist eine Bosch 0250-200-055. Ob das nachher funktioniert, ich habe es auch nur im Forum gelesen. Wird man sehen, wenn er nachher läuft. Aber unglaublich, oder? Wahnsinn. Genau. Was habe ich noch vergessen? Das Spaltmaß zu kontrollieren. Ich habe den ganzen Kram wieder so zusammengebaut, wie es war. Ich hätte mich auch drauf verlassen, wenn es ein laufender Schlepper gewesen wäre. Aber wenn ich das hier sehe, und manch andere Baustellen, den Anlasser zum Beispiel, da ist eine Nase abgebrochen, müssen wir das Kolbenspaltenmaß prüfen. Da dachte ich mir so, probierst du das einfach mal durch so eine Bohrung. Und das will ich jetzt einfach mal probieren. Ich habe mit dem Wilfried noch geschnackt. Hier, den Wilfried DX 0506 07. Und da habe ich ihn gefragt, ich so, Wilfried, wenn ich das mit dem Lützchen reingehe, kneift er mir den Draht ab? Oder passiert da irgendwas? Und so, nö, kannst du probieren. Aber von 10 Messungen kann man funktionieren, muss aber nicht. Deswegen, ich will es wenigstens probieren. Testen, kostet kein Geld. Runter muss er jetzt eh. Und dann machen wir es auch vernünftig. Ja, jetzt hätten wir hier zwei Bohrungen. Das ist einmal Einspritzdüse und einmal die Glühkerze. Glühkerze, ich glaube, das wird man nicht sehen. Gewinner muss ich nachschneiden. Wie gesagt, Kopf muss eh runter. Der Kanal ist, wie lange ist der Kanal? Bestimmt, so 8 cm. Jetzt muss man hier unten hin. Wir werden das mal probieren. Einfach mal. Wie gesagt, ob der Erfolg da ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Den Motor habe ich jetzt mal auf den Bereich Förderbeginn gestellt. Das heißt, der ist ja kurz vorm OT. Ich habe jetzt den 1,5 mm Lötzinn. Sehr weich. Blei geht auch. Ich glaube, im letzten Video habe ich irgendwas von Silberlot gesagt. Das natürlich nicht. Also nichts, was irgendwie metallisch ist, was hart ist. Es muss weich sein. Das heißt, Blei, Zinn, sowas die Richtung. Sonst habt ihr gleich eine Macke im Kolben. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, ich will den jetzt hier einfach mal so reinführen. Und wenn ich den hier reinführe, merke ich eigentlich schon, wie er auf den Kolben lang gleitet. Das funktioniert ganz gut. Hier wären wir jetzt am Ende vom Kolben. Wenn man es so sieht. Okay. Das ist ja, wie gesagt, ein 75R. Das heißt, der hat einen Plan Kolben. Und wenn das der Kolbenende ist, müsste die ja nicht so Mitte sein. Hier knicke ich den einfach mal ab. Und positioniere den mittig. So. Und jetzt werde ich den einmal über den OT drehen. Ich bin gespannt, Leute. Ob ihr jetzt schon die Nase rümpft oder nicht? Ich weiß es nicht. Wie man sieht, hat das gar nichts gebracht. So, überhaupt gar nichts. Kopf ist runter. Wir haben natürlich auch die Ventile in dem Bereich. Kann sein, dass jetzt noch eine Ventile lag. Ich würde das hier mit ein bisschen Fett drei kleine Stückchen Lützen aufkleben. Lützen hat wie gesagt 1,5. Spaltmaß möchte ich irgendwie so bei 1,3 oder 1,4 haben. Das wäre so ein Wert, wo ich ganz gerne hin möchte. Ich schraube mal den Kopf wieder rauf. Und dann drehen wir mal durch. Wie ihr merkt, da ist kein Widerstand. Gar nichts. Ja, wie ihr seht. Es ist nicht mal angeschrammt. Also gar nichts. Ja, das war der heutige Lehrgeldblock. Kotzt mich ganz schön an alles. Ich kriege keine Kompressionen drauf. Ich habe kein Kolbenmaß hier oben. 1,5 komme ich nicht mehr ran. Ich habe den Zylinder, die Büchse gerade mal angehoben. Da ist unten eine Scheibe drin von 0,3. Ein bisschen was dicht muss er, glaube ich, auch. Langsam fällt auch ein Schuh draus. Weil wenn ich mir die Kurbel hier angucke, die ihr Leben lang wahrscheinlich misshandelt wurde. Ja, sieht man das hier. Das muss ein stundenlanges gekurbelt gewesen sein. Der Vorbesitzer, von dem ich das Ding gekauft habe, hat ihn selber nie angehabt. Er sagte nur, man musste ihn ankurbeln und die haben ihn nicht zum Laufen gekriegt. Anlasser haben sie nicht zentriert gekriegt. Da war ein Halter abgebrochen. Und links im Fach sind diese Zündfixe drin. Den Lundenhalter. Ob das so ein Lundenhalter ist, für mich ist es eine abgebrannte Kerze. Eine abgebrannte Kerze würde sagen, oder heißen, die haben da vielleicht mal einen anderen Kolben eingebaut oder einen anderen Kopf aufgebaut, weil das Ding einfach nur kaputt war. Vielleicht sind das gemischte Teile. Vielleicht ist das, also der Kopf ist ein 75R. Das ist aber ein 52er Baujahr hier. Und ich weiß nicht, ob 52 der 75R schon verbaut wurde. Oder ob da noch der 65R drauf war. Ich weiß es nicht. Ich würde mich jetzt erstmal schlau machen müssen. Wir müssen über die Motornummer und gucken, welche Komponenten hier überhaupt dran gehören. 75R ist komplett überholt. Der Kopf, neue Ventile drin und alles. Der hat genug Kohle gekostet. Wenn es hier am Zylinder und am Kolben liegt, dann wird es dann doch nochmal eine aus dem Zubehör geben. Auch wenn die neue Ringe drin sind und da wird geschliffen und vermessen und gehohnt. Aber ein frisch überholter Kopf, original ohne Risse, ist für mich die bessere Basis, glaube ich. Ja, gehört dazu zum Schrauben. Wenn man sich sowas kauft und glaubt, man dreht Schüssel rum und die Karre läuft, dann täuscht man sich da. Ich denke, kostenmäßig, wenn das Ding hier nachher läuft, ist es immer noch okay. Wenn man sich ein Felling kauft, weiß man auch nicht, was da drin steckt. Die Köpfe sind irgendwie alle gerissen. Alle. Warum meiner keine Risse hat, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie es nur als Luftpumpe benutzt. Keine Ahnung. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich mache mich schlau. Wie gesagt, heute haben wir nicht viel gelernt. Nur, dass es Zeit und Geld kostet. Ja, und dann melde ich mich mit dem Motor wieder, wenn es weitergeht und ich da irgendwelche wilden Informationen bekomme. Aber wir haben ja noch genug zu tun. Mal gucken, was als nächstes kommt. Wie gesagt, wir müssen die Vorderachse noch montieren. Hier ist auch so viel Arbeit dran. Und der Haufen hier wird definitiv laufen. Egal, was jetzt hier am Motor gemacht werden muss. Die Karre kommt auf die Straße. Zeitraum ist halt noch ungewiss. Ansonsten Leute, bleibt Monta. Ach ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.